Hallo liebe Zuschauer, hier ein kleines Infovideo, YouTube hat wiederum gewurschtelt, das ist eigentlich echt nichts schwieriges, aber ja, ihr sucht bestimmt euren Videomanager, man klickt hier drauf und er ist nicht mehr hier, man muss hier auf YouTube Studio drücken und dann hat man eben die gleichen Einstellungs- bzw. Ausfallmöglichkeiten wie sonst auch, aber es ist halt wieder eine mini-hafte Umstellung und bevor jemand sucht, da ist die Antwort, es gibt wieder tausend Klicks, ich sag das im Google. Ja, naja, solche Videos bringen ja manchmal echt, ja, Videomanager ist hier, da ist halt einfach alles drin, wie sonst auch, sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber ja, einfach aufs Bild drücken, YouTube Studio auswählen und schon seid ihr hier in eurem YouTube Studio und wenn ihr zu eurem Kanal wollt, hier einfach zum Kanal, äh, ja, das war's schon, gute Nacht, ciao, ciao.